hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge foundation so wir haben hinten den bergfried hier beginnt die holzbrücke als das fundament gelegt naja das wird schon mit vier baumeistern geht das weiter steven macht das königreich prunk wir können bauen einen bergfried haben wir doch 15 prunk wie viel haben wir den prunk moment wir haben 4,7 wir brauchen noch eine bergfried so also bauen wir einfach noch einen bergfried hier höchstern bergfried warum können wir denn keine kümmer keine ich würde so gern da mauern bauen so niedrige steinmauer holzwand hohe steinmauer hecke so pass auf da würde ich sagen niedriger bergfried wir brauchen jetzt noch nein wir brauchen einen hölzernen bergfried er muss hier so ungefähr hier sein so ja der wird auch ein wenig höher so wobei der muss gar nicht höher sein so dann wollen die holzplatte w genau das ist die hier moment setz mal eine andere drauf nein wie aha heute platte b sie will ja nicht die will ja nicht die will ja nicht löschen 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 aha so löschen so probieren wir es noch einmal und zwar hölzernen bergfried hauptgebäude ähm ja was weiß ich so stellen wir da her wir machen in höher die wartungskosten erschlagen uns dann aber so eine heute platte b jetzt will es ja die passt auf so und eine äh eine tür b super ähm grandios so jetzt drehen wir das kann ah da gehört eine fahne drauf natürlich gehört eine fahne drauf ja so das drehen wir jetzt wir machen jetzt äh eine holzwand so und zwar ja hier dann brauchen wir ein wochen anders so editieren wir brauchen ein holztor ist das ok so nein das ist nicht ok so so ist es ok so 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 die wollen wir natürlich da bis hier her so und da hier so dann wollen wir eine mauer wobei gefällt mir die ich würde die eigentlich so nein wir probieren mal eine holzwand hohe steinmauer hätte eine hohe nein eine niedrige steinmauer wo ist der unterschied zwischen einer einer holzwand ha das will ich haben so also holzwand ja so will ich es haben so will ich es haben so will ich es haben sehr gut nämlich bis hier her super so und dann von hier hier her oder hier her ja ja so ist es gut so passt holzwand so so dann können wir nämlich den turm hier nein 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 den ganzen turm ja moment äh den ganzen turm den möchte ich möglichst hier so genau so nein 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 das will ich schon okay ich lasse mal ich ich lasse mal bis diese ach so ja er hier Bau beginnen 95 2 2 ja super Bau beginnen so Holzpüppchen haben wir hier stehen das ist alles gut so ähm haben wir da jetzt genug so ein Gesandter bittet um eine Audienz okay ein Gesandter der Gesandte los was willst du ähm 5 Soldaten 1000 Gold okay 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 tja wenn der Gesandte das will so Missionsaufbau ähm Charles Theodorich verschwinden die für immer weiter muss weg so weh senden so super so also wir senden jetzt mal 5 Soldaten nach City name boah gewaltiges Brückenprojekt Hammer so und hier wird der neue Bergfried gebaut super ist das so was machen wir dann Hölzer Bergfried ja Waffenschmied oh ja das Herrenhaus okay ein Gebäudeteil fürs Herrenhaus Schauen wir mal was wir da haben so Herrenhaus äh hier das Herrenhaus so Moment ich muss mal kurz äh Einstellungen ich weiß es ist besser so so die Steuerbehörde kommt da dran wow Setzen wir die dahinter Nein so Steuerbehörde sehr gut so was ist denn eigentlich mit der Schatzkammer so wenn wir jetzt hier so das ist super Schornsteine hey das wäre aber auch cool das waren wir das wo können wir denn anklipsen Nein Steinerräterung Steinerräterung so ja der Vogt braucht das der Vogt braucht das das hilft nichts der Vogt braucht Schornstein so aber wir können das noch nicht anklipsen wahrscheinlich erst hinten ja genau so da was ist denn das jetzt weg so ja Baubeginnen super so wir machen es wieder kleiner das war der Wunsch dass wir es also kleiner größer so super heißt er schön oh die beiden Ansätze ja heute geht es weiter so der Bergfried hier schön langsam wächst er hinter dem Dorfschutz auch das ist gut so wie geht es hier im Forst super geht es hier im Forst so das wollte ich noch nachschauen das Steuerbüro ähm was macht denn so ein Steuerbüro außer Steuern kassieren so wir machen es noch mal kurz kleiner weil muss ich nachschauen so ach so warte dachte ich ah Name des Vogts so Moment wieder auf größer so sehr schön so 22 Jahre alt das Glück wird weniger weinfluss durch 10% die Trainersgeschwindigkeit der Soldaten wird erhöht und die Lerngeschwindigkeit wird Vogt Pierre wir warten noch einen Druck der Länen ausgezeichnet was ist hier geschehen er steckt fest alles ist gut so ich möchte weiterhin dem Volk bitte helfen und zwar jetzt gleich so das ist super Volk helfen super so die Brücke das mit den Textilien mit der Kleidung dürften wir jetzt auch im Griff haben ach ist das schön wird hier schon gebaut wartet auf den Baumeister ja guck wir bauen im Moment den Bergfried also weiter an unsere Burg und hier an der Brücke so wer ist das es ist Catherine Catherine kann schweben das ist super aber nicht nur Catherine kann schweben weil Steven nein aber auch er auch er er kann schweben so gut Kloster wird hierher kommen da haben wir viel Platz hier kommen noch Bürger Einwohner ein Markt das Kloster vielleicht noch der Seite und da Einwohner das wird cool das wird cool so mit den Bären haben wir überhaupt kein Problem mit Textilien ich bin mir da noch nicht sicher vorher hat es gut ausgesehen steckt fest jetzt nimmer so Brot geht jetzt auch warum auch immer hier muss halt jemand die Wolle abholen sehr cool ja ich weiß wir können wieder dekorieren aber warten wir mal ist das schön Catherine kann schweben so dann würde ich sagen das war es mal wieder für die heutige Folge ich bedanke mich fürs dabei sein und sage ja danke bis zum nächsten Mal tschüss tschüss tschüss